Punkt 7, Wahlvorschlag der SPD, Nachbar eines stellvertretenden Mitglieds des Landesjugendhilfeausschusses, Drucksache 20 76695. Der Kollege Frank-Thilo Becher hat auf sein Mandat verzichtet, und es muss nachgewählt werden, ein stellvertretendes Mitglied. Die SPD-Fraktion schlägt den Abg. Thurgood-Düxel vor. Weitere Vorschläge gibt es nicht. Wir können mit Handzeichen abstimmen. Wer ist dafür? Für SPD, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Kollege Kahn dreht dagegen. Keiner, wer enthält sich? AfD und DIE LINKE. Damit ist der Kollege Hüchel gewählt.